Und ein herzliches Willkommen zurück zu Tomb Raider 3 Ja, ein Moment Ja Ähm, nein, nein Ja, noch nichts Ein herzliches Willkommen zurück zu Tomb Raider 3 Ich hab grad nochmal einen Stopper angestellt, wie ihr merkt habt Und Hm Ich hab noch mehr, ich lass mal runterholen, oder? Ähm, ja Da Was da ist denn? Milch? Den merk ich mir mal Wollen wir mal Hm? Wollen wir die durchkriegen? Oder wollen wir? Scheint nicht Nein Nein Oh Schalter Okay, da unten öffne ich hier ein Tor. Ich will mich im letzten Moment halten, weil ich hoffe, dass ich dieses scheiß Dingle ankommen am Leben. Toll. So. Jawoll! Ah, geht's wieder gut! Jawoll, what the fuck! Ah! Geh weg! Ich hasse dieses Mistvieh. Auf dich komme ich nochmal zurück. Mal kurz warten, ich habe jemanden angeschrieben. Finde ich nicht mehr. Ja, ähm, ja, weiter geht's. Ja, nun ist die Frage, wie ich jetzt da runter, oder? Ja, die sind scheiße, ne? Ja, die sind scheiße, ne? Ja, die sind scheiße, ne? Ja, das ist die Frage, wie ich jetzt da runter, oder? Guck mal. Ello, Kackvieh. Schwierne. Ja, das ist meine Leute. Ja, ich höre es. Ähm, ja, ist das da unten, oder nicht? Ich sehe nichts. Sind wir hier jetzt mal Fackelchen, die sind in Ordnung für dich, oder ist das schon so viel? Kameras, du Scheiß, wie? Ich habe keine Box. Ich habe mich jetzt eigentlich hier... Nein. Ich muss hier mal irgendwo speichern, weil ich habe vergessen, welches Groß und welches Kleines Medipack ist. Neun ist... Was? Okay. Neun lad ich jetzt mal. Dann mach mal hin. Ja, ich bin schon wieder vergiftet hier. Oh. Hummel. Wirkt mich doch. Scheiße. Ich muss ja hier drücken. Ne. Falscher Knopf. Das hat die gute Lager verkackt. Wo muss ich jetzt hier hin? Geht's hoch. Geht's auch nochmal hoch. Ähm. Ähm. Äh. Ja. Das ist ein Kristall. Ähm. Nochmal auf die Hände. Das ist bei mir. Das ist bei mir. Ähm. Ja. Ähm. Ja. Das ist bei mir das Gefühl, dass es hier weiter geht. Das ist bei mir das Gefühl, dass es hier weiter geht. Ne Ahnung. Ne Ahnung. Könnte mich ja täuschen natürlich. Ähm. Ähm. Falscher Knopf. Ja. Es ist scheiße, wenn der. Wenn die Springtaste genau nimmt. Der Windows-Taste ist und es ein bisschen dunker hier im Raum ist. Ich bin nicht hoch. Ich bin nicht hoch. Ich bin nicht hoch. Ich bin nicht hoch. Man will minimal leben. Wirklich minimal. Und ja. Da sollen wir jetzt nicht hier auch so mal heulen. Zack. 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 Hopp. Ähm. 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 Was wird? Ich finde, so geht es viel schneller. Ich finde, so geht es viel schneller. Ähm. 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 Ja. Du musst auch mit machen, die gute Frau. Ähm. Und dann werden wir hier Ja, noch eine hoch Ja, Lara, so ist gut Ja, sauber, Lara Jetzt mögen wir nicht Ich bin jetzt nicht runter Da, ich Es ist ernsthaft Aber weißt du Ich kann es echt gerade nicht einschätzen Ob das hier optional ist oder das andere Ja, komm ich speichere jetzt einfach mal Aber auf einem neuen Save-Dings Und dann ja Nein Was ist richtig? Nee, ich glaube nicht Ja, Lara Nee, ich glaube da umgeht es weiter Nein, Lara auch Boah, Alter, wusses Mädchen Bööses Mädchen Sorry, bad girl, Alter Das schaff ich doch locker, müsste ich verarschen Ja, sag ich doch Schaff sie Wie ist ein gutes Mädchen So Und jetzt sagt mir, wie ich da Ich kann jetzt reinspringen, aber was Ja, ähm Ja, ähm Da vielleicht Das kann man ja nicht Hier haben wir Irgendwie So, wenn ich da lang gehe Dann komme ich auf jeden Fall zu einem Kristall Das ist ein Haus Das ist ein Haus Ähm Ähm Darunter spiele Dann kann ich Das ist Strömung Andererseits, ähm, ja Ähm Ähm Das ist ja das Problem Ich weiß nicht, wie ich so richtig Ich weitermachen soll Ob ich jetzt Hier reinsch Bringe oder Ähm Ja Ach Scheiß Auf Leute Hier hat man No is no fun Hier Ja Da Was Das ist ja oder Das 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 Und ist das Wasser schon mal falsch oder was? Hä? Dann muss ich ja da dran. Das rückt mir alles nicht. Okay, ein Geheimnis gefunden. Lol. Es sah jetzt nicht so offensichtlich wie es aussah, ne? Ja. Damit hatte ich wohl recht. Das war nur optional. Aber ist hier noch was anderes außer das jetzt? Oder war es das schon? Nicht hier hoch? Ne. Mal da. Hier geht es nicht weiter. Und dann... Moment mal. Ich bin noch ein bisschen versört. So, da oben geht es auch noch lang. Ähm. Komm ich aber von der anderen Seite oder nicht? Hä? Was soll ich von der Seite? Warte. Genau. Das sieht mich so ein bisschen so aus. Ja, ich weiß, dass man sich daran handeln kann. Aber ich habe auch nur ein Video dabei. Das ist... Das sieht man halt nicht, ne? Wirklich. Ähm. Ja. Das wusste ich jetzt nicht. Dass da so ein Feuerchen ist. Nein! Oh. 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 So. Joho. Ja, ist das jetzt nicht ernst? Das ist aber nicht dein Ernst nachher, ne? Oh. 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 ох. Oh. 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 Okay. Ähm, ach, so speichere ich hier. Ist doch scheiße. Das war auch scheiße. Nochmal. Oh, super Lara, ich hab mich da liegt. Ähm, nicht. Was ist es? Ähm. Im Wasser erstickt sie oder verbrennt sie ein Feuer. Logisch. Äh, total. Ähm, ja. Das war dämlich. Ja, ich hätte besser laufen können. Definitiv. Ja, ist super. Ich war hier auch nur ein schwachen Maß. Oh, ich will nicht. Oh, warte. Oh, warte. Oh. Oh, warte. Oh, warte. Warte. Oh, warte. mal auszuholen ach Lara ja komm ganz ehrlich ich spiel jetzt nicht 10 Medipack an den das war echt schlecht so jetzt kanns ja draußen bleiben ähm komm so muss ich das funktioniert nicht immer ne das geht hier richtig auch nicht falls es gleich hoch ist genau warum ich das schaffe ähm hm 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 ok so ist netswerig Puh Das hab ich nicht Kannst du doch nicht Ach Lara Ich muss im letzten Moment springen Aber das versteht die wieder nicht Ach Gott Ja Aha Hm Könnte ja schaffbar sein Ich hab doch gar keinen anderen Weg Was ist denn hier Och Lara Mann Du musst im letzten Moment springen die Bitch Ist los Hm Hm Gut Okay Einmal versuch ichs noch In der Mannschaft Ne Noch einmal Puh Da komm ich doch hoch oder nicht Verarschen Komm Lara Ne Schafft man nicht Ich speichere da mal Und dann sehen wir uns am nächsten Mal wieder Bis dahin Tschüss Ja Ich Ich